Ich habe schon wieder gedrückt. Du sagst, ob du bereit bist. Nordwestlich. Bereit. 3, 2, 1, 0. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen heissen Folge jetzt mitten in der Stadt von 7 days to die. Wir sind immer noch im Haus bauen. Mittlerweile sind wir noch durch Spanky. Hallo Spanky. Und unsere Bodyguards. Hier oben haben wir Anju. Hallo Anju. Hallo zusammen. Und der Siujoi ist auch noch da. Hallo, hallo. Hier ist der Tinger. Ja, das war eine gute Idee. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier am Ausheben. Wir sehen hier oben die Urstress. Ja, das ist so mit Munition. Das wird knapp. Wow, wow. Ah, es hat noch ein Boy zwischen den Ketten. Hallo. Ah ja. Die Säcke. Ah ja, das wäre auch gleich weg. Ja, es geht wirklich voll ab da. Ja, das ist krass. Ja, der hat nichts Schlaues. Ja. Ah, wir sind vor 77. Wir haben so ein Minion angefangen. Wir sind 38. Ah, das ist krass. Ah, wie lange ist das noch? Das ist krass! Das ist krass. Das ist krass. Du hast keine Steine liegen. Nein, dann dran. Das ist krass. Dann muss man auch in Nahkampf wechseln. Nein, ich habe keinen Mund mehr. Ja, es ist gerade ein bisschen schön. Du hast einen Schatten? Nein, ich habe keinen Sniper. Ja, ich auch. Okay, jetzt bin ich hier durch. Aha, aber es kommt langsam, ganz langsam. Ich sehe noch eine Form. Ah ja, es kann sich langsam schauen. Aber ich habe ja noch mal noch 55 Benzin. Okay, gib mir noch ein bisschen Stein bitte. Und noch mal zwei Stacks wäre perfekt. Willst du drei? Nein, mehr kann ich nicht tragen. Ah, okay. Aber wir haben ja noch nicht dafür, den Kisten herzustellen. Das wollen wir in ein Gebäude machen, wo eben dran steht. Ein improvisiertes Nachtlag. Das könnt ihr vielleicht noch einrichten, wenn es da drin liegt. Ähm, die Polizei ist, gell? Ja, vielleicht. Was? Wir können hier in der Nachtorte die alte Basissecke, das ist auch nicht wirklich weit. Ja, das tut mir leid. Für auch das Nachtlag. Immer die hülleren Polizisten. Das ist gut, denn wir sind ab und zu auf Emulation. Hund, Hund, Hund. Ja. Ja, ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, Achtung! Loch, Hund. Mami! Scheisse, das hätte ich nicht sagen wollen. Mami! Ein kleiner Insider gewesen. Ja, das ist gut. Kannst du aufhören? Äh, nein. Die Position haben. Lieber Gruß, falls der zuschaut. Ja, das ist ja ein Lieber Gruß. Ja, aufhören wir nicht so mit einem neuen Programm. Weil mein Alter hat mich angefangen zu nerven. Da bekomme ich nicht meine ganzen Artonprobleme. Jetzt mal schauen, ob es mit dem etwas besser geht. Das ist leicht, wenn er verliert. Ahne. Ja. Aber das muss man ja auch nicht mehr schneiden hier. Das kannst du einfach aufhören lassen. So, das kannst du einfach aufhören lassen. Ja, das ist wirklich zu tief. Da kann ich alles abgehen. Dann können wir die Reihen drüber lernen. Ja, das ist eine Reihe. So, wieder eine Reihe fertig. Halt's nochmal. Mach mal, das nimmt die Formen nachher. Ja, das muss ich mal reinmachen. Schercht, das soll ich jetzt nicht ab. Das ist eine Kurzi. Schrot. Die bringt nichts durch. Ah, die Kurzi ist ein Müll. Ja. Oh, ein Frücher kommt, das lacht. Wo ist denn? Wo ist denn der? Ähm. Ah, dort hinten. Nehmen wir noch Horti, warte. Ah. Spannst du noch in den Mund, warte. Das ist meine. Nein, so, hoch. Mega, der Kill. Gut, ich habe dir die letzte genug Kills geklaut. Das stimmt. Das stimmt. Du Polizisten, ja. So. Gehst du auf? Oh, wir müssen. Schöne, wir müssen alle Steine auflesen. Dann können wir das Tränkchen nicht mehr drauffüllen. Richtig Süden. Zähne von Polizisten. Äh, ich habe so 10. Ich habe keinen Platz mehr für die Steine. Warte. Ich muss jetzt einsetzen, dann habe ich wieder zwei Stacks Platz. Cool, das sieht man hier unten ins Loch. Ja, so komischer Mood. Hast du es mir jetzt hergefallen? Ah, das ist auch hergefallen. Ah, das ist ja okay. Nur 1 Leg? Nein, zwei eigentlich. Ah, jetzt habe ich ihn. Okay, hörst du es? Ja. Oh, gut. Ich will immer in den Föhrposten. Hund. Boi, hörst du mit mir. Ah, nein. Hörst du es? Ja. Oh, gut. Ah, ich will immer in den Föhrposten. Da kommt es mit mir. Da kommt es. Da kommt es. Da kommt es. Moment, wir sind bandagiert. Ja. Er ist weg. Wir sind auf die andere Seite. Wir melden heute, weil ich auch den Mundschlag komme. Ungenie. Ja, ja, mal und nur mal. Wir fluchen den schon. Ja. Oh, trinken und essen. Das sollten wir auch noch machen. Ah, hat er das dabei? Ja. Ja. Gut, gut. Wollen wir etwas brauchen? Nein, selber. Sehr gut. Sauber ausgerüstet. Ja, sehr gut ausgerüstet hier. Ja. Ja. Die sind schon lange da, aber ich beachte sie gar nicht. Ich bin gezielt auf Spiders. Ja, ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Oh, ich habe hier eine Psychische. Ich bin ganz klar. Achtung, hinter mir. Ohi, ohi. Schleimkapp. Ja. Ja. Sehr gut. Komm, Spadermunition. Die ist im Nachkampf. Ja, Munition wird auch langsam ein paar Piller einladen. Ja. Ja, Polizisten mit Sniper schüssen. Ja, Polizisten mit Sniper schüssen. Das Band drüben hier zu sichern. Ja. 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 Es ist immer gescheit, aber es ist sicher. Ja. Hat es euch jetzt nicht mehr beruhigt? Oder ist das Ruhe vor dem Schuh? Ja. Irgendwie. Dort ist das Zweite. Ich weiß nicht, du kannst halbe Vier. Oh, ach. Oh, ach. Gettel kannst du zwischen abpissen, wenn du fängst. Ah, Mann. Jetzt baue ich mich noch. Ach. Ich wüsste dich hören. Ja. Ähm. Ich kann nicht mehr. So. Ich kann da hin. Hund, Hund, Hund ist da unten! Ah! Verdammt. Nicht schon wieder. Wechsel doch die Affe. Hier drin lacht bei mir. Ah, ich habe ihn nicht. Er hat mich vergiftet, tatsächlich. Hast du dabei Antibiotika? Ja, ich habe ihn. Okay. Dann baut er einen an. Ich kann ihn auch nicht mehr zuschlagen. Du kannst du schlagen? Ich komme zu schlagen. Ich komme auch vorderweg zu jung. Ich habe ihn. Aber auch. Oh, danke. Ach du? Was ist? Ich habe ihn. Alles gut? Heute bist du schon gesäcklet. Das ist gut. Danke Schwester. Er kann schnell ein Antibiotika droppen. Ja. Ja. Er kann schon gleich zu mir. Ähm. Wir werden gleich alle hergeschmissen. Okay, merci. Ich bin sehr freundlich. Kein Problem. Oh. Nicht so. Nicht so. Ich kann hier. Ich kann hier schnell. Ja. Oder sonst bei mir. Hier kannst du noch gut auflaufen. Ja. Da hat es noch etwas. Ähm. Hier. Hier oben. Gut. Ich brauche nochmal. Zwei Stack Steine bitte. Ja. Eins. Zwei. Zwei. Nein. Jetzt hat er Lead Tree hergeschossen. Was hast du mir da hingelassen? Ah. Lead Tree habe ich mir entstackt. Oh. Ja. Wenn ich blöd bin. Ha. 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 Und ich bin voll. Was? Ich nehme es. Okay. Okay. Nein, warte mal. Warte mal. Das ist nur eins gewesen. Warte mal. Jetzt. Warte mal. Also das ist der richtige. Einmal. Zweimal. So. Merci. Kein Problem. Zangepuls. Ja. Eines ist ein bisschen zu schnell gedrückt. Und ein grosses Teil entdeckt. Also ob man Platz für ihn gehabt. Das hat mir sicher auch mal ein Vorteil, wenn ich mit dem Bohrer aufhören kann. Wirklich weniger Zombies anliegen. Ich glaube nicht einmal aus Ostern gehen. Mhm. Ähm. Hast du dich beides gesehen? Wechtest du nicht? Wechtest du nicht. Wechtest du nicht? Oh, da geht es. Wir müssen noch hinten durch. Dann können wir noch ein paar. Okay. Ja, gibt es eine Waffe-Safe? Wow. Könntest du den auch noch wegbohren? Gilt das? Wir sind hier. Danke. Nein, zu mir. Kein Problem. Mir ist das Zeug auf den Kopf gehalten, bis es gestummt. Wenn man hier lebt. Ja, das ist auch cool. Hoi hoi hoi. Hoi hoi. Oh, die Schirrlein, der da. Manchmal ist es auch Schwein. Da hängt einer einfach so die Wüste ab. Ich habe nur noch eine Steinbrauchspank. Es liegt überall noch. Ich kann nichts mehr. Wenn du noch Steine brauchst, dann liegt der noch überall. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Das ist voll ein Fisch. Beginne dich. Ah, ja. Ha. Ha. Huere geil, Mann. Wow, es sieht gut aus. Oder? Wow. Jetzt müssen wir nur noch die Oberkante schön ankläten. Hm, schön. Das ist der letzte Move eigentlich. Ich werde überall die Löcher füllen. Ich gehe mal auf die Holzräume. Ja. Wieso komme ich hier? Das ist ein Zweier. Warte, mach du ruhig einen hin. Ähm. Nein, habe ich auch gekannt? Mal hier oben. Irgendwo ein Wäspchen da. Ja, im Norden. Kannst du einen wegnehmen dort? Warte. Robert, hast du noch Platz? Ah nein, ich habe keinen Platz. Das ist der Cobblestone-Frame. Ja. Oh, EU-Polizist. Was? Richtung Westen. Ui, 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 ui. Okay. Ähm. Richtung Westen. Ah, dort. Weg. Dankeschön. Okay. Ähm. Wie wollen wir jetzt die Frames setzen? Drei paar Frames. Ähm. Hat jetzt hier niemand eine Müllkiste draussen? Eigentlich. Nein. Ich habe alle Kisten im Sack. Nein. So, die eine hinzu. Hast du den schon geblutet? Ich habe einen Müllsack. Der Boy sitzt ja. Ein paar Sachen hineinschmeisse. Die Steine. Warte, eine Kiste hinzu. Ja, es sind ja nur die Steine. Eine hinzu. Und hier meine Steine rein. Oh! Ein Hund! Was? Wer? Der Kapp, ey. Blöde. Buhre. Oh, blöde. Ja. Ja. Merkst du was, Ju? Das, seit oben sie sind, ist noch noch Ghetto. Ja. Seid wir es aus dem Loch rausgelassen haben, ist immer gut. Immer das Gleiche mit deinem. Ja. Ja. Das Steine hat dich verräumt. Es geht um gar nichts. Okay. So, jetzt haben wir einfach unseren Grund. Nein. Wieso jetzt? Zieh noch ein Loch. Du musst noch einen Stein mitnehmen. Wie eine Frau, ey. Was soll ich? Ein Stein mitnehmen. Ein Stein? Wie breit machen wir den Ding? Zwei oder drei? Ich glaube man sollte echt nicht schiessen. Jetzt wird drei Abstand gehalten. Ja, das mache ich schon. Gut. Jetzt geht's eben alles ein wenig... ...provisorisch ein wenig hin. So. Äh, Hund, Richtung Ostensil. Bei mir oder was? Nein, von der Basis aus. Ach du willst du ein Loch? Was? Nein, 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 nein. Ah, nu. Lauf. Lauf. Guardioretti. Halt einfach ab, ich gehe ins Loch. Lauf! Händert den Reben? Weiss nicht, ich bin davon. Da hast du eine Krankenschwester. Oh! Ich habe ihn erschlagen. Ich habe ihn. Krankenschwester hat neu. Okay, ich gehe wieder nach. Oh, da kommen wir wieder ein Spider. Ähm. Drei. Drei. Okay, jetzt habe ich ihn abgesteckt. Jetzt im... Nehmen den Polizist. Ja. Das ist gut. Okay, Spanky. Oh, Richtung Norden. Äh, Spider. Komm zu mir ins Loch, ich nehme ihn sonst. Aber er hat schon geschreit. Was hast du zu mir gesagt? Sonst noch? Ja. Ähm. Also jetzt habe ich drei abgesteckt und im vierten. Mache ich jetzt die 3-Bar-Frames. Oder mache ich es im dritten? Und hier oben müssen wir auch noch etwas ansetzen. Ähm. Wie du siehst, habe ich überall drei abgesteckt. Mache ich es jetzt an Platz 4? Ja, ja schon. So. Jetzt ziehst du den Rahmen rundherum mit den 3-Bar-Frames. Und zwar. Haha. Eine Mauer anfangen zu bauen. So. 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 Jetzt haben wir manchmal einfach eine Range. Mhm. Bei noch Breyer. Jetzt machen wir hier den Kauer. Du hast ganz viele von diesen Dingen dabei, oder? Ja. Willst du ein wenig? Ich glaube schon. Ähm. Wie mache ich das jetzt zum Gescheitsten? Warte schnell, warte schnell. Ich... Äh. Ich muss zuerst noch ein paar andere Sachen ausbügeln. Jetzt mache ich jetzt einfach mal den Grundrahmen. Den kann ich ja zutun, oder? Da brauchen wir ja keine Türen und nichts. Keine Scharte und nichts. Nein, nein. Im Grunde genommen ist ja das ein Sockel. Ja. Heute müssen wir in diesem Fall, äh... Viertel ab 6 sein, oder? Oh. Okay. Wenn wir heute gehen. Ich will aber noch nichts nach Hause aus. Jo. Es ist jetzt eh gerade das Folgenende gleich. Das sehe ich. Cool. Ja. Hey, 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 das geht nicht so schnell. Nicht so schnell. Es ist ein Ort jetzt das Grundgerüst. Jetzt mache ich den Ort fertig in dieser Folge. Oh, dann hast du den Kopf gelegt, der hat es gerade verzogen. Dann geht's. Und dann gehen wir nachher irgendwo... ...wie kleine Mäuske verstecken in der Nacht. Ich hätte gesagt, wir rennen schnell nach Hause mit Basis zurück. Ja. Also der Grundgerüst ist fertig. Ja, das ist eine Polizeistation. Ja, voll. Polizeistation. Okay. Weil Polizeistation und die Souta... Nein, keine Munitionen. Hast du die Co-Kate-Mix? Ähm... Ja, das werden wir dann Roti anschauen. Ich würde sagen, in der Nacht schauen wir Roti, dass wir überleben. Ja, wenn irgendetwas passieren sollte, dann müssen wir uns melden. Sonst sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, das hat mir gefallen. Seid am nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss zusammen. Hoi Anoulu. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bye. Jau Gott.